so das probieren wir natürlich jetzt seiner aus ok annehmen xbox live öffentliches spiel so mehr als genug gibt es ja können wir gehen gleich mal hierhin transit überleben und wir suchen mal ich hoffe wir finden schnell auf jeden fall haben wir was split screamer macht wir uns bereit so sehr schön die aufnahme sage ich mal die wird jetzt so seine 3-4 minuten dauern deswegen werde ich mich natürlich beeilen müssen oha das war's gefährlich das ist die komische bus halt in der da das Ding zusammen bauen muss da habe ich gar keine ahnung von So Okay, hier haben wir erst mal Was ist das für ein Ding hier? Scheiße Okay, wollt ihr erst mal ja warten, oder was? Tür öffnen Okay, hier kann jemand Hier kann nur jemand kommen Okay, hier wird schon geschossen Ich seh keinen Der schießt hier schon rum Okay, da kann ich auch nix mehr Oha Kommt bei mir hier mal noch jemand Ja, da hinten Boom, boom, boom Ich will auch mal noch ein paar Kills machen Okay, da war ein Header Ey, du mieser kleiner Wichser Ich weiß nicht, wie man dieses komische Ding hier zusammenbaut Das müsste doch hier irgendwie gewesen sein Da hinten kommen sie schon, oder? Da knallen wir natürlich ein bisschen rum hier Sehr schön, ist er da Header, haha Stopp, du bitch, du Sehr schön So, ich guck mal Das müsste ja eigentlich sogar schon wieder reichen Da hinten kommt noch einer Boom, boom, ja, du Wechser, verreck Das ist ja schön Okay, haben wir anscheinend geschafft Ich muss jetzt mal gucken, ob man hier irgendwas findet Okay, ich höre auf jeden Fall schon wieder ein Heiß, heiß Okay, ich brenne anscheinend Der bewegt sich auch keinen Millimeter mehr, der Wichser Jetzt hat er mich schon noch angezündet, der Pisser hier Der schießt schon Zieht, aber... Verstehen wir dir nicht Passt das, ich glaube... ...heu... ...wee... ...wee... Schaut den Weg... ...heu... ...ich geht... ...ich geht... ...iniere... ...unалась- ...undas ... ...undas ... ...undas ... ...undas ... so ich werde mir auf jeden fall jetzt... wo ist das ding? da hinten los komm gib mir was jutes hier jawohl alter ey das ist okay da maximale munition okay da wollen wir natürlich klammer nachfahren komm schon den nächsten naja wär ja nicht so aggressiv du wichser f*** dich boah ich bin schon in der Seite geschlagen ja ey okay wieso explodieren die denn so komisch hier die pisser da hinter dir siehst du das nicht kunde stirb hier ihr verrecker kinder ey da kommen aber viele okay instakill so und da kam noch irgendeine bombe oder irgendwas so wir haben alles dann nehmen wir den tisch hier noch so das müsste eigentlich für die aufnahme schon reichen sag ich mal okay da haben wir alles aber ich brenne schon wieder komm schon als nächst bin ich dran nimm die kacke los ach du bist so ein kleiner widerlicher bastard alter ey na komm geh zu du kack ding hier so jetzt hoffentlich kommt was jutes jawohl alter ey ha 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 doppelte punkte ja wo sind die gegner hier die schwuchtel instakill instakill okay jetzt müssen wir messern ok mein kopf abgeschnitten hier ey ich hab das erste mal sozusagen eine alien knarre das ist schon fett wir machen natürlich erstmal hier überall die bauten zu so ich öffne mal hier noch irgendwo irgendeine kiste oder irgendwas okay da kommt gar nichts außer irgendein geschrei stirbte sada so was habe ich denn gekriegt ein sniper sehr schön klein mal her das ding hier oah du miese kleine drecksau alter ich glaube es aber nicht ey da kommt mir mal hier einer helfen von euch pissern komm schon ja endlich komm schon ja endlich ja da blockieren mich diese schwuchteln alter ach was wird das für eine kacke ey wieso hast du einmal eine alien knarre und dann so eine kacke ja ok das müsste aber reichen für meine aufnahme also bedanke ich mich und sag bis zum nächsten mal ja ja